Nr aber am Ende ist ein Zombie hast du erst Karte kommt hinten rönt rönt ich bin mal groß Prozent Legende Blut ist auch er auch ja Tatsache Bruder er hängt irgendwo am Boden drin weil ich habe von dort macht er hat man kann das nur trifft er in den Zombie nicht ich bin deine backteubel jetzt habe ich dich also lebt noch die meisten sorgen nur wenn man irgendwie mit nachts gegen die wand hat hört sich das an wie ein schuss naja bin jetzt erschrocken wer hat mich erschrocken wo seid ihr jetzt habe ich nicht erschrocken wir sind so angeblich und was drin gewesen ne ich hab's nicht ganz angeschaut nix tolles jetzt mal ein verbandskasten wir sind mal hier da eins zwei drei vier es fehlen nur zwei ich bin ich bin auch drin ich bin der markt was diese auch der match wer findet nur direkt was schon nichts mehr ist in dem vorwärtskasten zeugt es auch alles gemacht alles gibt okay wir kommen raus alles für mich gut gemacht und ist dann nur noch einen richtig zerschießt dass die ganzen Sachen auch kaputt sind ja hier haben auch ein paar Wunder ab in der Dose im Haus das ist die erste Zunge auch immer eine Dose so, komm her so, keine Verbindung mehr was? Tatsache Verbindung verloren lässt sich noch bewegen wir werden können nicht mehr deine Dose braucht mit was ist das? Achtung, wir haben da noch mal ein Zombie oder was anderes, ich weiß nicht, wir werden richtig sehen Warte mal, kannst du noch spielen, Song? Ah, da kommt da ja Ja, mir wird nur ein Gezeugtes seit 39 Sekunden Ach so Habt ihr? Locken wir jetzt eben kurz aus und noch mal ein Ich stand da eh gleich neben mir, Uwe Ja, wir warten hier Da wird mich schon nicht umhauen, Uwe Loser, wo da drin ist, ist Brüste Das wird dann Das habe ich gefragt, warum eigentlich nicht immer die Verbindung verliere All das sind schon viele drauf Weil du ein Verbindungsverlierer bist Du musst nur Sekunden warten Hier ist eine Wasserflasche Hier ist eine Wasserflasche Da braucht Doch jetzt muss ich 50 Sekunden warten, ey Ja Oh Mann Ja, wir warten ja so lange, wir hauen ja ab Gegen die eine Minute Also die nachfolgenden Sendungen verschieben sich um circa fünf Tage Oder ne, die nachfolgenden Tage verschieben sich um circa zwei Wochen Panisch, oder? Hast du mit Glück? Darfst noch jung bleiben Oh, doch 20 Sekunden Wer rennt da dauernd gegen den Zaun? Hallo? Du musst da Fuß drüber tun Komm, drüber dich um Komm, ich erklär's dir Komm, ich spiele Erklärbär Ah, toll Langweilig, echt Geh bloß weg Ich wollte jetzt mal Erklärbär spielen und dann so Hey, ich kann dich von gleich deiner AK einnehmen, gell Weißt du, wie das geht? Ne, warte mal Äh, please wait Ja, please wait, wir warten Please hold the line Äh, Uwe, bist du da? Ja, ja, Uwe ist da, gut Ja, ich steh genau vor dir Ja, ich seh's Jetzt vor mir, jetzt neben mir, jetzt hinter dir Ach, genau Ich hätte was, glaube ich, was euch interessiert Der Panische, schaut mal an, der läuft gar nicht Der, der, der rutscht auf dem Boden entlang 7,62 Millimeter ist doch für die Mosel, ne? Äh Komm, kommt auf die Länge an 52, ja, 39 ist für die SKS Wir hatten alles eine Mosel Ich? Ich? Ja, Munition haben wir eine Munition, habe ich erst mal zu geliehen Ich hab doch noch da, der SKS Munition, äh, noch dabei Alter, wie lange muss ich noch warten? Freude sind auf dem Surfer, oh ja, einige, wow, der schön voll Der Komma, ahn, der ist, oh, Hancock, bei dir fehlt noch TN davor Unser Team Newb-Zeichen ist aber gar kein Problem am sechsten Mal Der will, oh, das ist ganz viele da, bleiben doch ich bin doch nur noch wird es wird ja jetzt ich bin wieder drin so panisch auch die dänten wollte schon wieder rote kette eine gelbe panisch ist am tanzen guck dir das an der macht dann stanz 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 voll der wach carlos was machst du da pink ist in deinem hause nein dahinten sehe ich was ich weiß nicht ob es ein zombie ist oder in spiele wo man eine zugegebenen kommt man dann auch für einen kontrollieren wo man sich in dem roten baum und im wald so jetzt ist der bock nicht da wo man das haus sieht oder nein direkt unten vorm schatten an dem grünen baum und siehst du den einzelnen kleine rote baum ja zehn meter neben dran rechts oder links links da steht ein zombie herum bewegt sich auf alle fälle das sind zwei grüne bücher ja ich sehe nichts wieder auch noch nicht nur zwei grüne bücher sag mal was hast du braucht alles klar ist vielleicht ein pack ok karl ist also alles in ordnung so rumpel pack mal deine waffe weg und hol die noch mal raus wieder wieder den Waffenwechsl-Bocken ist wohnen wohnen ist ein guter alle in eine Richtung gleich kommt von hinten an und knallt er er hat ja genau bei der der restlichen wo der was da war am roten baum ist es bis zu können naja ok aufwächter war da oben also ich finde dass ich schon mal gut ausgerüsteten bis auf die spitze ja wie verteilt feuerwerks ist gut ich habe die musik mit langs kommt ja ich habe für nichts genauso ausgerüstet mir fehlt jetzt nur noch quasi magazin für Pistole aber sonst ist eigentlich ganz gut wir haben einen mit AK dabei also also ich habe insgesamt noch 40 Schuss dabei für die SKS ja für die Mosin habe ich auch so 25 oder 30 Schuss Mosin habe ich auch noch 25 also mit einem Wäsche fertig bis ich den mal trefft habe 25 Schuss rausgeschmissen und jedes Teil der Waffe einzeln noch hinterher Schmerz und so er denkt nicht mal dran wer denkt nicht mal dran wie er ist ja zu krass aus der Kalos wieder der der schlittert übers Gras das ist bei mir nicht wird folgen das haben wir noch nicht schauen in Ormen rumfucht und dann wärst du zum Beispiel ein Vorteil bei er also wird nur für ihn wissen Waffenwechselbruch also könntest du leuchtet abschüssen wenn er sich zum Beispiel hinlegten also wenn er sich von seiner Sicht aus hinlegt und ich nehme schon das ist ganz übel was ist ganz übel eben wenn du da schießt und ich meine ich würde schon liegen dieser Wetter packt so noch dass ich noch stehe und du mich treffen kannst ach du Scheiße ganz übel momentan okay das heißt wenn jetzt da was auftaucht dann darf ich nicht schießen solange du den Back hast okay gut zu wissen aber ich schieße ja eh nicht wenn ich alles ganz normal läuft ja ich sehe halt ja 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 ganz normal ja ja ich fühle mich irgendwie total langsam nö gut wobei ich sagen muss ich schieße ja eh nicht wenn jetzt vor mir jemand liegt oder was schieße ja auch nicht weil es könnte ja sein dass du aufstehst deswegen stelle ich mich so hin dass du gar nicht vor mir bist dann bin ich ja an der Seite von dir oder was oder irgendwie links oder rechts daneben naja genau 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 auch hier die altbekannte Stelle wo der Paul hier einfach mitten über die Strasse gelaufen ist naja ein Gott ist klar alle da ja ja mal einmal dort zielen 5 ein 1.0 Achtung zum wir irgendwo ja was gehört was läuft was läuft hier ist schon stopp stopp ich glaube ich sehe was und so ein bisschen was ja da sei es nicht mehr das sind ja die in der Handelgröße dachte schon läuft was anderes er sieht bei mir aus dem Ideen nö 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 ein nö 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 d seit straßenseite wir rennten jetzt hier auf der straße lang okay wartet mal kurz leute ich stelle mich mal an die straße und zeigt denen wo wir sind kommt noch recht von der straße ja so wo seid jetzt hier jetzt sind wir davon naja wir kommen immer beieinander bleiben am besten so nah beieinander wenn jemand die granate ist wenn ihr aber gerade waren und da habe ich gewartet ja auf den letzten Mann wird es gegeben alles irgendwie sein desto mehr man mitschleppt dass man noch irgendwie dann langsamer wird der zum b okay wir den so wenig man unter der Anzeige das Problem hat sich der gesagt habe in der großen Rucksäcke es ist ja geheimt wie im richtigen Leben je größer der Rucksack ist und wir die du mitnimmst hier langsamer wirst du und hier geräuschvoller wirst du soviel Geräusche gebe ich eigentlich gar nicht von mir ich schau mal mal und was sehen wobei ich jetzt auch schon viel gesehen habe oder mitgekriegt habe wenn geschossen wird ist ein Haus neben dran höchst du den Schuss nicht mal echt okay richtig das habe ich auch schon bei uns hier erlebt wo einer geschossen hat der direkt neben mir saß und ich habe den Schuss nicht gehört jetzt weiß ich nicht irgendeiner ich habe schon wieder von mir gehört so genau wie schon wir alle wo wir zwei mit einem anderen noch drauf wollen du meinst du irgendjemand hat auf jeden Fall geschossen und sagt mir vor mir ein bisschen blöd er war ein Moment mal schauen ob da jemand ist an der Hütte oh Gott das ist auch kurz von der Schöne halte ich mich für eine bin ich über Treppen schon runtergefüllen ja ich halte die Gäste aber ich irgendwo jemanden sehen ein bisschen in den Weg ich muss mich jetzt erst mal dran gewöhnen dass du jetzt einen Rauschen im Rucksack hast das ist die Kuh seht ihr die Kuh oder was das ist hinten Wildschwein ja oh Check Puls ein wenig Spaß John Mayer ist das Wrong Puls was ich habe keinen Puls Wrong Puls ja einen falschen Puls ich habe das falsche Pilz da kann man ja nichts ist die Normen von den ganzen Leuten herausfinden wenn man das jetzt was was wir trinken warte mal schauen was hab ich ne bei mir passt alles es ist soweit alles okay wer schießt hier was rumpel 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 stilzchen ey wer top ist ich muss den Job mit übernehmen der macht ja ey wer ist alles dafür dass wir wer ist alles dafür dass wir einen rumpel als stilzchen hier irgendwo in den Wald aussetzen okay Leute eins müssen wir uns dabei bringen nicht immer so viel durcheinander reden dann einfach mal ein bisschen auch auf die Umgebung hören aber jetzt haben wir sind wir noch auf dem richtigen Weg Carlos ja ja okay dann jeder mal kurz trinken muss aber nicht trinken doch du trinkst jetzt hopp dann trinkst du ein Bier nein Appel zu ändern ey Rasputin Quass also wenn jemand aus der Wasserflasche trinkt das hört sich so pervers irgendwie an ja okay gut von mir aus ganz weiter gehen gleicher Weg wie das letzte mal ja den weiß ich eh nach da läuft eh nach wo rechts von mir neben der Straße wo bist du wo bist du da hinten also ich bin ganz vorne schon an der äh hier er läuft hier gegenüber auf der Straße im Wald hinten hat über die Straße gelaufen im Wald rein ich stelle mich mal du mach mal QE falls du mich meinst also bist du schon rüber auf andere Waldseite ja ah 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 oh ich habe dir nicht mal gesehen dass du losgelaufen bist da kannst du mal sehen ja der Liede der Hinkert der ist kein Anfänger der ist eine der Wasserstärkte setzen wir mal ja Sniper rumguckt war und jetzt möchte halt mal richtig spielen ne ne ich glaube der Spieler spielt schon viel länger sonst hätte nämlich ok wo müssen wir jetzt sind ich habe da läuft da hinter ihm ja dann auch du vorkommt dann auch immer wer schießt da wer ist nur drüben wer schießt da ich habe geschossen warum ich schütze am aus sein Finger hat gezockt er hat er hat sich gesehen weil ihr war auch mein Gott müssen aufpassen der RUIA der schießt ja auch alles was der RUK hat mit dem Sniper-Skub drauf er kommt mit seiner AK weiter zu tun wie wir mit unserer Mosin Echt okay er kann nicht über 800 so war ich mein Name war gar nicht der Kursjahr mal so hoch wie es geht er sei ein was sie beschuldigt er solltet wird auf und auf das Bild auf die Bild auf das Bild das ist bei den eigentlichen Böse übernommen wird Uwe Wasserstuhl nicht vom Verwaffe wir haben im Osen die Kriege von und Storch vorjahrenden Proben was die Munition genug ich habe noch so 15 Schuss umfragen das möchte er bei einer Alka haben wir so was sagen natürlich gerne mal tauschen Nähne die Welt der Abwärtserbäder zu einem nervösen Abzug Prozent der Kostelsbild auf und abgefunden und auch in der Eurega die Taste also bei mir ist übernommen da wollen wir auch bestätigte Hörer den Fall nach oben im Fall nach unten er hat ja nicht gewonnen das wird ja dann machen wir drücken so oft wird noch im Fall nach oben wie es geht und sagt mal wie weit und rechts oben steht er Prozent 300 oder 400 zum Ziel um oder so hoch wie es geht tausend woanders habe ich das gesehen bekommt irgendwas bei mir geht es bei mir geht es mir ab bis 800 wenn ich jetzt es zugeben darf eine runde Serverhopping gemacht habe um den Rucksack den ich jetzt drauf habe zu finden da habe ich auch schon ein paar Leute mit der Mosin im Nahkampf umgelegt also da hinten also wir haben einen Erfeld wo wir es waren du Mörder die standen alle AFK rum also ich muss immer auch beim Ding um ich muss immer aufpassen beim Carlos weil mit seiner Animation was er da macht ne das mal weil alle hier anfangen zu kommen ja da muss eigentlich der Carlos dann wenn dann bloß einmal kurz die Waffe wegstecken und wieder rausholen dann hast du es auch weg ja wie lange spielst du schon der Sieg na wie lange habe ich meinen Rechner oh Gott jetzt hab ich den Bock hier mit einem Wochenwechseln bei dir Carlos ich hab den Rechner seit drei Wochen ja jetzt ist er wieder weg ja ich hab mir viele Videos angeguckt ne bei mir hat er immer noch ne jetzt ist weg das ist cool aber der Zockt habe ich mir nicht oft oh Gott jetzt hab ich das dringen alles klar ich hab noch ein Kumpel der zockt das praktäglich der hat mir ein bisschen geholfen so ja man hm der AK und alles du hast die AK-Kunde ne darum geht es nicht ich meinte in Spielweise der bleibt immer sitzen guckt nach hinten guckt nach links guckt nach rechts so wie ich auch immer macht man doch ja genau der hat da jetzt kurz gefragt wo man die AK findet ich hab das gefragt also die findet man da wo früher die M4 gespawnt ist also ein Kumpel der hat sie bei so einem Heli Ding gefunden das war schon ne Weile her war echt hab echt schon lange nimmer ne ganze Weile nimmer der sie spielt bestimmt 2 Wochen her oh anderthalb das glaub ich auch ja obwohl ich das letzte mal mit dem Dix drinne war Kumpel mit dir ne kann sein ja seitdem hab ich hab ich gerade gehabt ne warte mal du warte mal